Wir sind das Team vom Wetterdienst Wolken-Schloss. Und wir übergeben jetzt diese Wetterstation ans Pixel-Labor. Wir vom Pixel-Labor Kassel sind ein inklusives Team und gestalten gemeinsam digitale Teilhabe. Pixel macht es einfach, ist unser Motto. Und so wollen wir auch Klimasensorik einfach gestalten und beginnen mit einem Pilotprojekt drüben an der XR-Station. Das ist die Pixel-XR-Station, ein Ort für Kunst, Kultur und Klima. Hier schauen wir, wie wir die Klimastation sinnvoll anbringen. Wenn man das selbst zu Hause machen möchte, gibt es einen ganz besonderen Ort, an dem man das hier machen kann. Willkommen im Future Space in der Wilhelmstraße. Wir sind ein Bildungsinstitut, in dem Schulklassen von Klasse 1 bis 13 moderne Bildung zukunftsorientiert und nachhaltig erfahren können. Nicht nur in den MINT-Fächern, Naturwissenschaften, Technik, sondern auch in Medien und Philosophie. Nachmittags und abends sind wir auch für Erwachsene da. Erwachsene können hierher kommen und können sozusagen in unseren Räumen Experimente machen, sich informieren und sozusagen in Richtung Zukunft orientieren. Im Future Space gibt es viele Lerninseln zu erkunden und entdecken. Eine dieser Lerninseln sehen wir jetzt gleich hier vorne. Das ist unsere Sensebox. Die Sensebox ist ein Microcontroller, mit dem man mit einer blockorientierten Programmiersprache Sensoren ansteuern kann. Die können dann zum Beispiel Luftfeuchtigkeit oder Temperatur messen. Das sieht man jetzt gerade hier auf dem Display, werden die Werte ausgegeben. Weil die Programmiersprache blockbasiert ist, können das auch Anfänger und Leute ohne Vorkenntnisse einfach erlernen. Man kann hier auch andere Sensoren anschließen, die dann zum Beispiel Feinstaubkonzentration oder den Luftdruck messen würden. Wir haben jetzt gesehen, wie innerhalb von wenigen Tagen eine Klimastation fertig wird. Vom Aufbauen, vom Programmieren her, vom Installieren her und jetzt auch im Internet zu sehen. Wenn ihr selbst so etwas machen wollt, ob das jetzt für die Schule ist, für euren Arbeitsplatz oder für zu Hause, könnt ihr das im Pixellabor Kassel und im Future Space an insgesamt sieben Tagen in der Woche lernen. Kommt einfach vorbei, schaut euch die Senseboxen an und startet euer eigenes Projekt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.